Also, hier sind wir. Transmediales Erzählen. Ich möchte Ihnen, bevor ich Ihnen sage, was ich heute machen möchte, ganz kurz sozusagen als Prolog einen Überblick darüber geben, was es eigentlich als Transmedia-Produktionen heute gibt. Ich denke, man kann das in drei Kategorien teilen. Und das sind zum einen die großen global wirksamen Geschichtswelten, die Brand-Fictions, wie man auch sagt, also das, was Sie da sehen, Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter und so weiter, die aus ganz vielen Medien-Elementen bestehen. Deswegen humane Sachbücher, Spielfilme, Fernsehserien, Theaterstücke, Hörspiele, analoge und digitale Spiele, Comic-Books, Animationsfilme, Online-Gemeinschaften, Spielzeuge und nicht zuletzt Kleidungs- und Nahrungsangebote. Das gehört ja alles sozusagen dazu. Das ist die eine Seite. Und am anderen Extrem, sozusagen das andere avantgardistische Ende des Spektrums, das sind Indie-Produktionen, sage ich mal, oder Experimente. Dinge, die in der Regel sich nicht selbst finanzieren können, die entweder gefördert werden oder aber auch neuerdings sicher durch Crowdfunding finanzieren. Sie sehen da zum Beispiel Lance Weilers Head Trauma, Iron Sky natürlich, das wird jeder von Ihnen kennen, und One Millions Tower von Zizek. Das sind also sozusagen die kleinen, experimentellen Produkte, die in der Regel sich nicht über so viele Medien spannen, wie ich sie Ihnen eben aufgezählt habe, sondern sich auf zwei, drei, vier Dinge begrenzen, beschränken, meistens Bücher, Filme, vielleicht noch digitale Spiele, kleine digitale Spiele, und die auch schon meist in der Produktionsphase darüber hinaus auf die Unterstützung durch virtuelle Gemeinschaften rechnen, im Social Web, Online-Angebote, Blogs, YouTube-Channels, Tweets, E-Books und so weiter. Das sind sozusagen die beiden Extreme, die Milliarden auf der einen Seite und die Krebser mit der Förderung auf der anderen Seite, und in der Mitte haben wir sozusagen als dritte Kategorie Transmedia-Erzählungen, die sich sozusagen um mittlere Projekte herum gruppieren, sie gewissermaßen erweitern, deswegen habe ich das Transmediale Extension genannt. Also Sie sehen so ein Mustertyp, Beispiel Valors, zwischen 2004 und 2010, eine Art Vorreiter, also natürlich Fernsehserie, dann eine Website, ein paar Webisoden dazu, ein paar Podcasts, ein Videogame, Alternate-Reality-Game, aber natürlich nicht auf dem Level von Star Wars oder Harry Potter und so weiter. Oder noch kleiner hier, The Truth About Marika, das werden sicher viele von Ihnen mitbekommen haben, das ist ja auch in Deutschland sehr gehypt worden. Oder als letztes Defiance hier, was erst im letzten Jahr, also ausgehend von einem Massively Multiplayer Online Game, eine Fernsehserie dazu und ein bisschen Marketing drumherum. Also sozusagen diese drei großen Gruppen, ich glaube alles, was es im Augenblick an transmedialer Produktion gibt, lässt sich in diese drei großen Gruppen teilen. Die globalen Blockbuster-Dinge, die ganz kleinen, feinen, eher künstlerischen Experimente und in der Mitte das, was sich so um einen einzelnen Spielfilm oder eine Fernsehserie herum gruppiert. Möglich geworden ist aber derlei transmediale Produktion erst im Laufe der letzten 20, 30 Jahre, im Grunde erst 20 Jahre, jedenfalls was die Indie- und Kleinprojekte betrifft, weil es vorher technologisch nicht möglich war und auch ökonomisch nicht möglich war. Ich denke aber, die Sehnsucht nach Transmedialität, die wir hier so in den Anfängen ja erleben, wenn ich sage 10, 20 Jahre, das ist etwas ganz Junges, die Sehnsucht nach Transmedialität reicht bis in die Anfänge der Neuzeit zurück. Und deswegen glaube ich auch, dass wir am besten begreifen können, was hier gerade geschieht, wo wir mittendrin sind sozusagen als Zeitgenossen und natürlich auch die Gelegenheit haben, das mitzugestalten. Das sind ja noch keine fertigen Genre-Welten, wie wir sie in der Literatur vorfinden oder wie wir sie auch schon im Film vorfinden, sondern das sind Dinge, die ja erst im Entstehen begriffen sind. Das heißt, wir haben ganz als Zeitgenossen besondere Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass man diese Gestaltungsmöglichkeiten am besten begreifen kann, wenn man sich medienhistorisch anguckt, wo Transmedia herkommt. Also das wäre jetzt der Deal gewesen. Ich habe Ihnen gesagt, ich höre auf nach 60 Minuten, egal wo ich bin. Aber gedacht war es einen ersten Teil, die ersten fünf meiner 13 Thesen, in denen ich den Ursprung transmedialen Erzählens Ihnen versuche nahe zu bringen. Dann die nächsten fünf Thesen, die in der systematischen Analyse die existierenden Praktiken transmedialen Erzählens unter theoretischer Perspektive natürlich darzustellen versuchen. Und die letzten drei, die ich heute Mittag noch dazu gemacht habe, sozusagen das Bonusmaterial. Die Bonusthesen versuchen am zentralen Beispiel digitaler Spiele, sozusagen die Genese einer genuinen transmedialen Erzählform darzustellen. Okay, wir fangen also an mit dem historischen Teil. Meine erste These richtet sich auf das Aufkommen von Transmedialität als Sehnsucht. Historisch, denke ich, verdankt sich dieses Konzept einer Fusion aller Medien genau dem Gegenteil, nämlich der neuzeitlichen Medientrennung. Die Medientrennung, die entstanden ist mit der Mechanisierung. Und ich will das kurz erklären am Beispiel des für Transmedialität zentralen Bildraums. Bilder benötigen ja, Martin Seel hat das mal sehr deutlich geschrieben, Bilder benötigen ja, um als Bilder zu erscheinen und nicht als Objekte, benötigen sie einen Bildraum, der klar macht, da ist ein Bild. Und so können wir sehen, dass der Weg visueller Kultur führt und schon lange vor der Neuzeit von Bildräumen, die in der Natur gefunden wurden, Höhlen, Wände, zu Bildräumen, die in der Architektur gefunden wurden, Wände und Decken für Freskos, zu eigens technisch hergestellten Bildräumen. Und das waren zuerst Tafeln, Schrift- und Bildtafeln, die, und das ist aus Elfenbein, Holz und so weiter, die wurden natürlich mit denselben Materialien bearbeitet, egal ob etwas geschrieben wurde oder ob etwas gemalt wurde, also ob Text oder Bilder hergestellt wurden. Und deswegen können wir auch sehen, dass zwischen der Antike und dem Mittelalter Text und Bild relativ gleichberechtigt koexistierten. Sie sehen hier also eine Ikone mit sehr viel Text und Sie sehen hier ein Buch mit sehr viel Bild. Und jetzt komme ich eben zu der mechanischen Medienrevolution, die mit der Renaissance einsetzte. Buchdruck einerseits, perspektivische Malerei andererseits und was wir jetzt sehen ist, Text und Bildraum separieren sich. Dafür gibt es technologische Gründe, aber auch ästhetische Gründe. Rein drucktechnisch ist es im Grunde erst so der Fall, dass mit dem Offset-Druck im frühen 20. Jahrhundert Text und Bild wieder gleichzeitig hergestellt werden können. Es gibt andere Möglichkeiten, zwei, mehrere Druckdurchläufe zu machen, Bilder einzubinden, das ist klar. Es gibt Bücher mit Bildern durch die Zeit hinweg. Aber man kann es nicht, es ist ein medientechnisches Problem und man kann es nicht im selben Durchgang machen. Also der Schriftraum trennt sich vom Bildraum und vor allen Dingen trennt sich der Bildraum vom Schriftraum. Und dafür gibt es nicht nur sozusagen medientechnologische, sondern auch medienästhetische Gründe, denn die Schrift würde selbstverständlich die Perspektive, den Eindruck der Perspektive zerstören. Sie können das heute noch immer ganz gut erleben, wenn Sie in einem 3D-Film schlechte Untertitel haben. Dann sehen Sie, wie Schrift den Bildraum dekonstruiert. Also wir haben eine dreifache Separation, denn wir wollen nicht vom Text reden, sondern von den Bildern erst einmal. Wir haben eine dreifache Separation. Die Bilder trennen sich von den anderen Medien. Es ist keine Schrift mehr im Bild, wie es all die Jahrtausende zuvor war. Die Bilder trennen sich von der Umwelt. Sie sind nicht mehr auf irgendeine Wand gemalt, sondern sie haben einen Rahmen. Ein Rahmen, der natürlich vom Fenster kommt, der den Fensterblick, Finestra aperta, heißt es bei dem ersten Herrn, der die Perspektive beschrieben hat. Also die Trennung von dem Umraum, wie ein Fenster sozusagen ein Loch in die Wand schneidet und abgetrennt ist durch den Holzrahmen, trennt der Rahmen den Bildraum. Also die Bilder trennen sich von der Umwelt und als drittes trennen sie sich auch von dem Betrachter, denn um eine Perspektive richtig erkennen zu können, muss man Abstand halten. Wenn Sie mit der Nase draufdrücken, dann sehen Sie nicht mehr so viel von der perspektivischen Zeichnung. Also, und dasselbe gilt für Audiovisuelles, wie übrigens Eisenstein schon Ende der 40er Jahre in seinem wunderbaren Aufsatz über den Raumfilm beschrieben hat. Also, was wir haben ist, der analoge Bildraum beruht auf drei Separierungen. Ich habe sie eben genannt, aber das Prinzip der Separierung ist das Wichtige. Wir haben diese drei großen Separierungen, die den Bildraum allein stellen und damit die Medien separieren. Das ist genau das Gegenteil von Transmedialisierung, das exakte Gegenteil. Wir haben sozusagen eine Enttransmedialisierung, wenn Sie so wollen, mit der mechanischen Medientrennung, die in der Renaissance einsetzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie wird sich der digitale Bildraum gestalten? Und wir werden natürlich auf diese Folie zurückkommen. Was Sie aber sofort sehen können, kaum ist diese mechanische Medientrennung vollzogen, beginnt das Ungenügen an ihr. Beginnen die Sehnsüchte, sie aufzuheben. Bereits im 18. Jahrhundert haben wir sozusagen zahlreiche Ansätze, das sogenannte Gesamtkunstwerk herbeizudenken. Denn die Realisierung ist ja nicht so einfach. Also zum Beispiel gibt es eine Schrift, ich kann Ihnen kurz vorlesen, von John Matteson von Sipsat 44, wo er sagt, wir müssen vereinigen, ich zitiere, Architektur, Perspektive, Malerei, Mechanik, Tanzkunst, Actio Oratoria, Moral, Historie, Poesie und vornehmlich Musik. Und dieser Herr, Richard Wagner, hat das auch in seinem Kunstwerk der Zukunft im Buch entworfen und dann auf der Bayreuther Bühne zu realisieren versucht. Recht gültiger ist die mechanische Sehnsucht nach dem Gesamtkunstwerk, das ja dann transmedial wäre, weil es, wie sagt Wagner, das alle Künste vernichtet, um die eine zu schaffen. Besser ist das sozusagen dann in Hollywood gelungen, also das industrielle Gesamtkunstwerk farbiger Tonfilm. Aber auch das reichte sozusagen der transmedialen Sehnsucht nicht. Und so haben wir seit der Mitte des 20. Jahrhunderts eine Vielzahl, ich werde Ihnen nur drei nennen, von zwei Dutzend, die ich gesammelt habe, eine Vielzahl von Sehnsüchten, den Film zum immersiver Gesamtkunstwerk, der transmedialer zu machen. Vor allen Dingen natürlich das allererste, das Konzept vom Total Cinema von André Bazin, aber dann, denken Sie, falls einer davon gehört hat, Roy Eskett, ein Medienkünstler, der 1989 auf Englisch, das Gesamtdatenwerk ist ein englisches Wort, ist ein rein englischer Text, mitten in dem englischen Text steht, Gesamtdatenwerk. Und dann natürlich, und das wird jedem von ihm vertraut sein, Gene Roddenberrys Holodeck. Also, insofern lautet meine erste These diese, ganz einfach, transmediales Erzählen versteht sich im Kontext einer jahrhundertealten Sehnsucht, als deren Realisierung mit digitalen Mitteln. Mit mechanischen Mitteln wollte die Realisierung nicht gelingen, mit industriellen wollte sie auch nicht gelingen. Wir kommen, wenn wir über Intermedialität und Multimedialität gleich reden werden, darauf nochmal zurück. Mit digitalen kann diese Sehnsucht realisiert werden. Es ist also nichts, was Technologie geschaffen hat, sondern es ist etwas, Technologie ermöglicht die Realisierung einer jahrhundertealten Sehnsucht. Es ist keine neue Sehnsucht oder keine Spielerei, die entstanden wäre aus plötzlich vorhandenen technischen Möglichkeiten. Gleichwohl, ohne Technik geht es nicht, ohne Kamera kann man keinen Film drehen, auch wenn die Menschen schon lange Filme drehen wollten, bevor es eine Filmkamera gab. Also, meine zweite These betrifft den technologischen Ursprung von Transmedialität. Denn bei aller Gegensätzlichkeit der mechanischen und industriellen Medien haben sie ja eins gemeinsam, dass sie jeweils an bestimmte Materialien und Werkzeuge gebunden sind. Und das hebt die Digitalisierung mit ihrer Basis-Innovation auf, nämlich der adäquaten Übersetzung von Hardware-Verhältnissen in Software-Werte. Konzipiert, wenn auch noch nicht realisiert, um die Mitte des 20. Jahrhunderts von John von Neumann für das, was wir heute Programme nennen, und von Claude Elwood-Shenon für das, was wir heute Dateien nennen. Das dauerte dann ein paar Jahrzehnte, bis das technisch funktionierte, was die beiden sich ausgedacht hatten. Aber das ist die Grund-, die Basis-Innovation. Für Töne zum Beispiel hat es zehn Jahre gedauert in etwa, bis die Bell Labs Shannons Konzept realisieren konnten, das erste Mal. Also, was sie kennzeichnet, diese beiden Basis-Innovationen zusammengenommen, ist, dass die verschiedenen Medien und Werkzeuge und Materialien, die zuvor bestanden, auf eine gemeinsame Signalbasis gestellt wurden. So kann man es ja einfach übersetzen. Alles, was Magnetband, Leinwand, Zilluloid, Papier und so weiter war, wurde Bit, wurde Software. Das allein war aber nicht ein reiner Übersetzungsprozess. Sie alle wissen, dass man mit einem Word-Prozessor erheblich mehr machen kann, als mit einer Schreibmaschine. Also es gehen mit diesem Übersetzungsprozess quantitative und qualitative Leistungssteigerungen einher. Und die Grundvoraussetzung eben für die Transmedialisierung ist das, was ich gerade nannte, das Stellen auf die gemeinsame Signalbasis. Und wir können sehen, dass die Konsequenzen, hier sind wir bei der Folie, dass die Konsequenzen für den analogen Bildraum eben exakt waren, dass das Prinzip der Separierung durch ein Prinzip der Fusion, der integrierenden Fusion ersetzt wurde. Wir sehen also die Integration mit anderen Medien, Transmedia. Die Bilder schmiegen sich wieder an die Realität und legen sich drüber, wie sie es einmal taten, Augmented Reality. Und natürlich die Separierung vom Publikum weicht der Interaktion und Immersion mit den Nutzern. Man muss nicht mehr Abstand halten. Im Gegenteil, man muss rangehen, man muss anfassen auf dem Touchpad, man muss interagieren. Also wir haben die Ersetzung des Prinzips der Separierung durch das Prinzip der Fusion durch sozusagen als Basisinnovation der Digitalisierung gesetzt. Nur jetzt natürlich muss daraus etwas gemacht werden. Und deswegen lautet meine zweite These, Transmedialität ist ein technologischer Effekt der Digitalisierung, der nach seiner ästhetischen Realisierung verlangt. Und diese ästhetische Realisierung, sozusagen da kommen die technologischen Möglichkeiten mit den alten Sehnsüchten zusammen und aus denen ergibt sich dann die Realisierung. Meine dritte These beschäftigt sich mit... Pro These siebeneinhalb Minuten, wo enden wir da? Ich springe dann gleich mal. Hier zum Beispiel gleich. Beschäftigt sich mit dem kulturellen Ursprung. Und der kulturelle Ursprung, und da gehe ich jetzt ein bisschen drüber weg, damit wir anschließend weiterkommen. Transmedialisierung ist ja nicht nur wesentlich im Kontext von Narration, und darüber wollen wir heute reden. Sie ist auch sehr wichtig im Kontext von Wissensvermittlung. Das, was man zu industriellen Zeiten das Dokumentarische nannte, was natürlich in Games gibt es das Dokumentarische nicht, aber es gibt sozusagen etwas, was jenseits der Fiktion liegt. Und ich will das nur ganz kurz Ihnen vorführen. Wir können sehen, dass in der mechanischen Kultur Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Wissenstransfer sozusagen koexistierten, aber die Mündlichkeit überwog natürlich. Und es gab sehr starke, sozusagen im Umgang zwischen Meister und Schüler, Handwerksmeister und Lehrling und so weiter, starke narrative Elemente, in denen Wissen vermittelt wurde. Wir können dann sehen, dass die industrielle Kultur einen steten Prozess der Verschriftlichung einsetzt, und das zunehmend abstrahiert wird. Das heißt, die Narration aus der Wissensvermittlung rauskommt. Sehr schnell, auch da, stellt sich wieder im 20. Jahrhundert ein Ungenügen ein. Und auf jedes neue Medium, was die Industrialisierung produziert, also schon im 19. Jahrhundert die Fotografie, aber dann vor allem im 20. Jahrhundert Radio, Fernsehen zum Beispiel, binden sich solche Bildungshoffnungen, die allesamt enttäuscht werden, natürlich. Alles, was davon geblieben ist, ist vielleicht der Schulfunk, aber ansonsten ist ja von den Bildungsbemühungen der Massenmedien wenig übrig geblieben. Um die Mitte des 20. Jahrhunderts aber, als in den Laboren zumindest die Digitalisierung einsetzt, zeigt sich eben dieses Ungenügen wieder an utopischen Entwürfen. Es sind ja immer utopische Entwürfe, an denen sich das Ungenügen der Zeitgenossen am Status Quo zeigt. Ich will Ihnen nur kurz die wichtigsten zeigen, wenn Sie sie nicht kennen, schlagen Sie sie nach. Die Erklärung, die ich, lasse ich weg. Wir haben also eben schon 1945 die Mimix-Utopie, die ja sozusagen das Leitbild für die Digitalisierung wurde. Alle wesentlichen Leute, die in den nächsten 40, 50 Jahren, bis hin zu dem Begründer des World Wide Web, Sir Bernard Lee, etwas gemacht haben, haben sich ja an dieser Mimix-Utopie einer neuen Wissensorganisation orientiert. Wir haben dann natürlich das Konzept von Ted Nelson, der im Übrigen auch auf den Mimix zurückgeht, der sozusagen mit Hyperlink- und Hypermedia-Konzepten die Grundlagen gelegt hat für das, was wir heute transmedial machen können. Und wir haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz stark eben die schleichende Zerstörung dessen, was noch an Narrativen übrig war. Roland Barthes, Tod des Autors im Hinblick auf die Rezeption, Tod des Autors im Hinblick auf die Konstitution von Diskursen und natürlich das Ende dann auch noch der Diskurs, das Ende der großen Erzählungen mit Lyotard. Also, dieser eskalierende Prozess von Abstraktion und Deneration führt zu einem Mangel und auf diesen industriellen Mangel, und das ist meine dritte These, reagiert die transmediale Darstellung und verspricht eben effizientere Verfahren, immersivere Verfahren, angemessene Erzähl- und Darstellungsweisen. Das, denke ich, ist der kulturelle Ursprung der Transmedialisierung, neben dem technologischen. Aber was ist trans? Wie können wir trans? Also, man erkennt ja, wenn man sieht, was transmedial ist und was nicht transmedial ist, aber man muss es ja auch ein bisschen definieren. Wie könnten wir es also definieren? Und ich denke, am besten kann man es definieren im Vergleich zu dem, was vorher war. Ich sprach es vorhin ja schon an. Wir haben in der mechanischen Kultur Intermedialität und diese Intermedialität reagiert auf Medienmangel, also zum Beispiel auf mangelnde Aufzeichnungsmöglichkeiten für Musik. Dann werden sie eben von einem Medium, Musik, in ein anderes Medium, Notation, Schrift, Text, wenn Sie so wollen, Papier, transferiert. Und das zweite große Verfahren ist die Adaptation. Wir haben nicht transmediale Verhältnisse, aber wir können aus einem Bild ein Gedicht machen und umgekehrt. Und wir tun das auch sozusagen zwischen Renaissance und Aufklärung sehr reichlich. Also wir haben Intermedialität, die die, man kann das vergleichen, sozusagen, wenn wir statt Medium Nation sagen würden, dann sehen wir, es gibt Sachen, die sind international, aber die Nationen bleiben erhalten. Und der zweite Schritt natürlich mit der Industrialisierung war Multimedialität, multinational. Da werden aus verschiedenen Nationen Leute zusammengebracht. Multimedialität ist genau das. Wir haben mit den industriellen Medien plötzlich die Möglichkeiten, die Medien zu integrieren. Das Radio überträgt Theaterstücke, das Fernsehen überträgt auch Theaterstücke, die Fotografie fotografiert Gemälde ab. Und natürlich dann das zweite zu montieren. Und jeder von Ihnen wird wahrscheinlich erkennen, was das ist. Das ist natürlich die große, zentrale, multimediale Montage der industriellen Epoche. Das ist ein Film mit Tonstreifen, wo also das Bild und das Tonmedium montiert werden. Aber sie können nur montiert werden, sie können nicht gemischt werden. Sie können nicht fusioniert werden, da sie eben auf verschiedenen Signalbasen stehen. Und das ist eben dann, und ich denke, da können wir dann sehen, was Transmedialität dem gegenüber bedeutet. Es ist nicht mehr die Übersetzung von einem Medium ins andere, die Intermedialität. Es ist nicht mehr die Montage von zwei, drei Medien, wie sie, als ich Kind war, gab es zum Beispiel so wunderbare, für Wohnungen so wunderbare Boxen. Da war ein Fernseher drin, ein Radio und ein Schallplattenspieler in einer Box. Das war multimedial montiert, aber eben nicht wie auf diesem Gerät hier fusioniert. Sondern der Schallplattenspieler spielt halt nur Schallplatten und keine Filme. Und der Fernseher konnte keine Schallplatten abspielen. Also wir konnten die Medien nur montieren, wir konnten sie nicht fusionieren. Und das ist natürlich das, was wir mit dem digitalen Transmedium können, was die Basisinnovation der Digitalisierung uns garantiert. Einerseits die Fusion und aus ihr wiederum ergibt sich die Möglichkeit und ja auch in hohem Maße die Notwendigkeit der Filterung. Also, dies ist meine vierte These. Also, es entstehen Verfahren transmedialer Darstellung mit in der Kombination der technologischen und kulturellen Elemente. Aber es entstehen da zwei unterschiedliche Varianten. Nämlich zum einen die intensive Fusion der Medien. Das ist sozusagen das äquivalent, das digitale Äquivalent zum Gedanken des Gesamtkunstwerkes. Also alle Medien in einem Werk. Ein Game zum Beispiel. Ein Game kann ja bekanntlich alle Medien aufnehmen. Und das zweite ist die extensive Distribution der Narration. Das, was ich Ihnen eingangs primär eigentlich nannte. Dass ein und dieselbe Geschichte über verschiedene Medien erzählt werden. Ich will das nochmal etwas deutlicher machen, also meine vierte These noch ein bisschen explizieren. Wir haben also die intensive Transmedialität, die die Mediengrenzen in einem Werk überschreitet, alle Medien in einem Werk packt. Und wir haben die extensive Transmedialität, die eine Geschichte in mehreren Medien realisiert. Und jetzt meine fünfte und letzte historische These. Und die betrifft die epochalen Qualitäten transmedialen Erzählens. Geschichten entsprechen ja, und das indizieren Forschungsergebnisse in den Geistes- wie in den Naturwissenschaften, einem Grundbedürfnis nach Sinnstiftung. Was narrativ vermittelt wird, begreifen wir nicht nur schneller, wir merken es auch besser. Wir memorieren es besser. Und Narration, wenn wir einmal sozusagen eingesehen haben, wie wichtig sie ist, können wir dann gleichzeitig einsehen, oder im nächsten Schritt einsehen, dass sie gewissen Grundmustern zu folgen scheint. Und wie sehr man an die glaubt oder nicht, also ich zum Beispiel bin ein persönlicher Gegner der Heldenreise, aber egal, augenscheinlich folgen viele, da muss man mit leben. Er lebt an der IFS die Drehbuchprofessorin auch mit, dass ich in meinem Unterricht dagegen gesprochen habe. Und man kann das auch sehr schön zeigen. Aber egal, es lässt sich unter den Stationen der Heldenreise etwas fassen. Fragt sich nur, was und wie sinnvoll es ist. Andere Gewohnheiten sind die Tatsache, dass Geschichten meist ein Anfang, eine Mitte und ein Ende haben, aber Godard hat sehr richtig gesagt, nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Das ist übrigens auch mein Einwand gegen die Heldenreise. Man kann die Stationen ja schon nehmen, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Das müssen sie immer sein. Und natürlich der Wunsch, dass die Welt am Ende einer Geschichte, dass Geschichten Konsequenzen haben. Dass die Welt am Ende einer Geschichte anders ist, als sie vorher war. Aber literarisches Erzählen unterscheidet sich nachhaltig von audiovisuellem Erzählen, weil audiovisuelles Erzählen an die Manipulation von Zeit und Raum gebunden ist. Etwas, was literarisches Erzählen einfach machen kann im Medium der Schrift. Im Medium der Performance muss das irgendwie gelingen. Und so können wir eben sehen, dass die Theater, das Theater, also die Bretter, die mal die Welt bedeuteten, eben sehr geringe Möglichkeiten hat, Zeit und Raum zu manipulieren. Im Interesse der Manipulation von dieser Zeit, in der ich hier gerade agiere, kurz gesagt einfach drei bis fünf Vorhänge. Wenn wir dann zum Film weiterschreiten, dann sehen wir, das kann der Film in 30 Sekunden machen. Wenn er das will, drei bis fünf Vorhänge. Also drei bis fünf mal schneiden und Zeit und Raum wechseln. Und deswegen war der Film ja auch sozusagen, hat es das Theater in der frühen 20. Jahrhundert marginalisiert, weil der Film eben den industriellen Erfahrungen und den Unterhaltungsbedürfnissen eines industriell geprägten Publikums besser entgegenkam. Benjamin sagte mal so schön, das muss ich nachgucken, der Film sei die der betonten Lebensgefahr, in der die heutigen leben, entsprechende Kunstform. Weil er eben Raum und Zeit in einem gesteigerten Maße manipulieren konnte und auch anders manipulieren konnte. Und ich denke, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist es eben nicht mehr der Film, der primär die neuen Erfahrungen der digitalen Kultur, der digitalen Arbeit, der Wissensarbeit darstellen kann, sondern es sind transmediale Werke, vor allem natürlich Games. Aber auch andere Dinge. Games sind ja selbst, sind transmediale Werke, aber sie stehen ja sehr, sehr häufig, häufiger als nicht, wiederum selbst noch einmal in anderen transmedialen Kontexten. Gut, also meine fünfte These, ganz einfach, transmediales Erzählen gestaltet die Erfahrung digitaler Kultur ebenso genuin, wie der Film und das Theater es einst mechanischer und industrieller Kulturtaten. So, das bringt mich zum Ende des ersten Teils meiner Präsentation. Ja, es ist zeitlich ganz gut, ne? Ja, den zweiten Teil mache ich in 20 Minuten und dann kriege ich den dritten auch. Okay, also der zweite Teil. Die fünf Thesen zu den Praktiken transmedialen Erzählens. Meine sechste These betrifft die transmediale Konstruktion von Raum und Zeit. Darüber haben wir ja gerade eben gesprochen. Ein Anliegen epischen Erzählens war es ja immer, Welten zu schaffen. Ob Sie jetzt an Balsackskomödie Humaine denken oder ob Sie an Tolkiens Herrn der Ringe denken. Das ging in der Literatur. Audiovisuelles Erzählen hatte damit Probleme. Weshalb audiovisuelles Erzählen im Theater ohnehin, aber auch lange Zeit im Film, an sozusagen dramatische Formen, an Kurzformen gebunden blieb. Auch die Fernsehserie am Anfang in den 50er und 60er Jahren war in einer Aneinanderreihung von kurzen Dramen. Erst mit dem Übergang zu digitaler Audiovisualität, und das gilt für Fernsehserien genauso wie für was genuin digital entsteht, Games, begann die Konstruktion kompletter Welt und sogenannter Storyworlds möglich zu werden, feasible zu werden. Im Falle vom Fernsehserien hängt das ja ganz wesentlich mit den neuen Distributionsmöglichkeiten und daraus mit den neuen Rezeptionsmöglichkeiten zusammen, dass wir eben von der tradierten Form der Fernsehserie zu Formen gekommen sind, wo einzelne Folgen eigentlich Kapitel in einem Roman gleichen und nicht mehr lauter kleinen Dramen. Also da haben wir diesen Prozess der Episierung, der mit der Digitalisierung für das audiovisuelle Erzählen einsetzt. Weltbild, Welten bauen, also dreidimensionale Handlungsräume eben nicht zu schreiben, herbeizuschreiben, eine Handlung, sondern stattdessen dreidimensionale Handlungsräume zu designen, in denen Handlungen stattfinden können. Und das, hier ist so ein Zitat, World building is a core idea, sagt McDowell, aber McDowell, das habe ich weggeschnitten, damit Sie das nicht merken, aber McDowell sagt das natürlich gar nicht über Games, sondern er sagt das über das Filmemachen, über die neuen digitalen Möglichkeiten des Filmemachens. Erst baut man die Welt und dann inszeniert man in der Welt. Man schreibt kein Drehbuch mehr, sondern man baut erst die Welt und inszeniert in der Welt dann, was immer an Handlungen inszeniert werden sollen und dann kann man die gleiche Welt auch noch für ein Game nehmen. Das ist the core idea. Weltenbau ist die Grundidee oder auch Tom Chatfield, der eben sagt, die Ästhetik des Weltenbaus sei ein zentrales Element, digitaler Kultur. Also meine sechste These, als Grundverfahren digitaler Transmedialität bewirkt Weltenbau ein mechanischen wie industriellen Medien unmögliches Maß an Immersionen, weil eben diese digitalen Welten nicht mehr nur Fensterblicke, wir haben es den gerahmten Fensterblick bei der Mona Lisa gesehen, nicht mehr nur Fensterblicke bieten, sondern eben Portale zu fiktionalen Handlungsräumen werden können. Nicht sein müssen, aber werden können. Meine siebte These betrifft die Frage des digitalen Realismus. Wir erleben ja gerade zum dritten Mal in der Neuzeit das Entstehen einer neuen Form von realistischer Bilddarstellung. Wir haben in der Renaissance den 2D-Realismus, der auf Reproduktion beruht. Wir haben dann mit der Industrialisierung den 2D-Realismus, der auf Reproduktion beruht, auf dem Abspeichern fossilen Lichts. Und wir kriegen eben jetzt mit der Digitalisierung das, was seit den frühen 70er-Jahren Hyperrealismus ist Hyperrealismus, der die Elemente von Realismus und Fotorealismus miteinander verbindet. Er sieht aus, er mutet an wie Fotorealismus, aber er kann herbei gemalt werden, wenn Sie so wollen. Er kann etwas zeigen, was es nicht gibt, wie es zuvor nur der Realismus konnte, die Malerei. Verbindet also die beiden Eigenschaften von Realismus und Fotorealismus in Hyperrealismus. Wesentlich ist dabei natürlich der Verlust von Authentizität, was man Indexikalität nennt, den Verweischarakter eines fotorealistischen Bildes auf irgendetwas, was tatsächlich einmal existiert hatte. Wie immer getrickst vor dem Kameraauge, das ist ja egal, aber auch im analogen Special Effects musste man es ja irgendwo mal vor die Kamera kriegen. Ob es ein Modell war oder was auch war, es hat es mal gegeben. Das ist alles nicht mehr nötig. Die besonderen Qualitäten Hyperrealismus der Bilder eben sind, dass sie a, nicht mehr etwas beweisen können, sie verlieren ihre Beweiskraft. Fotografie, hat ja mal ein bekannter Fototheoretiker gesagt, wird in der digitalen Epoche wieder zu dem, was die Illustration vor der Fotografie war. Nämlich nichts, was etwas beweist, sondern nur etwas, was etwas illustriert, verdeutlicht. Gut, das waren eben die Filme und das ist jetzt das Äquivalent an hyperrealistischen Bildern aus den Spielen. Das Abbildparadigma geht verloren und die hyperrealistischen Bilder binden ihre Authentizität wieder daran, woran die realistischen Bilder auch schon ihre Authentizität gebunden haben, nämlich an Autorenschaft. Ein realistisches Bild, ein Gemälde von Caravaggio ist ja dann echt, wenn es von Caravaggio ist und nicht, wenn das, was er zeigt, wahr wäre. Eine Fotografie hingegen ist authentisch, wenn das, was sie zeigt, nicht manipuliert wurde. Und jetzt kehren wir eben wieder zu der Bindung von Authentizität an Autorenschaft zurück, was ein sehr spannendes Moment ist, was im Hinblick auf transmediales Erzählen natürlich eine große Bedeutung hat. Aber, um nochmal das klar zu sagen, im Wesentlichen natürlich werden keine einzelnen Handlungen mehr erzeugt, sondern Handlungsräume, in denen prozedural verschiedene Handlungen angelegt sind. Also, meine siebte These, Basis des transmedialen Weltenbaus ist die hyperrealistische, das heißt non-indexikalische Generierung von Tönen und Bildern, deren Authentizität primär aus Autorenschaft resultiert und nicht daraus, dass sie etwas abbilden würden. Meine achte These betrifft die Frage solcher Autorenschaft. Quantitativ wie qualitativ lässt sich ja transmediales Geschichten erzählen nicht mehr von Individuen leisten. Anreiz braucht es Einzelne, die die Kohärenz dieser transmedialen Welten sozusagen garantieren. Wie bei Fernsehserien, der, weiß ich nicht, Showrunner oder so. Aber Transmedialität stellt sozusagen noch einmal mehr individuelle Autorenschaft in Frage. Das hat ja im Grunde schon, haben das ja schon die industriellen Massenmedien getan. Wer ist der Autor eines Films? Manche Regisseure bilden es sich ein, haben dafür eine Autorentheorie sich besorgt. Aber jeder, der Filme gemacht hat, weiß ja, dass es nicht der Film des Regisseurs ist, auch wenn er sich das aneignet, sondern dass es eine Kollaboration ist und alle Beteiligten da dran sind. Das wird bei transmedialem Produzieren noch stärker. Also, Autorenschaft wird in Frage gestellt. Gucken wir uns einmal kurz an, was Autorenschaft war. Wir müssen uns vor Augen führen, das Mittelalter kannte keine Autorenschaft, wie wir sie behaupten. Autorenschaft ist eine Konstruktion der Neuzeit und sie verlief im Grunde in mehr Schritten, als ich Ihnen jetzt darstellen kann. Aber wir können sehen, dass Ende des 17. Jahrhunderts John Locke die Theorie des individuellen Eigentums aufgestellt hat. Denn es war immer auch die Frage, warum besitzt der Bürger eigentlich, was er besitzt? Warum soll es denn ihm gehören und nicht weiterhin Kaiser und Papst, wie es bis dahin auch so schön war? Also eine Theorie des individuellen Eigentums, die dann angewendet wurde, sozusagen auch auf die literarische Produktion, um die ging es ja. Und wir haben dann wenig später die erste Copyright-Gesetzgebung mit dem Statute of Anne. Und das betrifft aber, wie das Wort schon sagt, das Recht zu kopieren. Das ist etwas, was den Druckern hilft und nicht den Autoren. In der Aufklärung hat Kant dann die Theorie individueller Kreativität aufgestellt. Und aus ihr resultiert das, was wir auf Deutsch Urheberrecht nennen, was aber, English is author's right, was aber eigentlich sozusagen zuerst realisiert wurde, kurz nach der französischen, oder mitten in der französischen Revolution, droit d'auteur. Also die Behauptung, dass nicht nur Druckerrechte hätten, sodass man ihre Sachen nicht einfach nachdrucken darf und kopieren, nein, auch Autoren haben Rechte. Autorenrechte, die nicht abgebbar sind. Daraus resultiert ja die Möglichkeit, dass ein Architekt klagt, wenn ein Bahnchef sein Dach vom Bahnhof nicht so baut, wie er sich das gedacht hat. Das sind die Autorenrechte. So, aber wie ich schon sagte, die industriellen Medien, Film, Fernsehen vor allen Dingen, haben ja schon sozusagen die Auffassung, dass Individuen etwas kreieren, was nur aus ihnen selbst herausstammt, weshalb es ihnen auch als einzigen Autor gehört, sehr infrage gestellt. Im Kontext transmedialer Produktion eskaliert das noch, um ein Vielfaches, weil zum einen natürlich nochmal in der Produktion, wir haben so etwas wie distribuierte Autorenschaft. Viele einzelne arbeiten an einem gemeinsamen Projekt häufig, ohne sich je zu treffen. Aber noch wesentlicher wird ihre Autorenschaft dadurch infrage gestellt, dass transmediale Werke ja in aller Regel, wenn sie fertig sind, nicht fertig sind, sondern dass sie, wie alles Digitale, offenstehen für weitere Modifikationen auch durch ihre Nutzer. Also eine weitere Infragestellung von Autorenschaft, das heißt, digitale Produktion ermöglicht das, was Henry Jenkins Participatory Culture genannt hat, die Beteiligung zu denen der transmediales Erzählen einlädt. Eben nicht nur andere kreative Profis, sondern eben die Nutzer, die Leser, die Spieler, die Zuschauer, was immer sie da gerade haben wollen. Und wir können da unterscheiden zwischen den eingebauten Interaktionsmöglichkeiten, also die Sachen, die vorgesehen sind, da darfst du klicken, da kannst du auswählen. Und natürlich all diesen, und das ist der wesentlichere und wie ich finde interessantere Bereich, User Generated Content, geplante und vor allem ungeplante Co-Autorenschaft. Also diese kreativen Appropriationen, Mashups, Remix, Fan Cuts und so weiter. Das alles natürlich Modding, Fan Fiction, das alles stellt Autorenschaft in Frage. Meine achte These lautet daher, die mechanische Kultur konstruierte den individuellen Autor. Und die industrielle konstruierte ja so etwas wie kollektive Autorenschaft, wie im Film zum Beispiel. Die Digitalkultur nun, denke ich, etabliert etwas ganz Neues, was ich distribuierte, also nicht ich, das nennen auch andere Leute so, aber was hier jetzt distribuierte Autorenschaft heißt. Also eine vernetzte Kollaboration von Profis wie Amateuren, die ohne räumliche und vor allem auch ohne zeitliche Begrenzung, analoge Medien haben wir immer mal, irgendwann ist der Final Cut da, irgendwann ist der Ton getrocknet und dann kann man den Ton nicht mehr formen. Das ist ja, wir können ja immer weitermachen. Das heißt, ohne räumliche, aber eben auch ohne zeitliche Begrenzung. Ich sprach gerade von den Autoren, die ja überall wo Crossmedia stand, jetzt Transmedia schreiben. Das ist es, genau das ist es. Wir müssen nie aufhören. Und meine neunte These, und die betrifft den Einfluss digitaler Spiele, also des neuen audiovisuellen Leitmediums, auf alle anderen Formen von Transmedialität. Wir kennen ja aus der Mediengeschichte zum Beispiel den Einfluss, den der Film auf die anderen Künste ausgeübt hat. Kaum war der Film da, wurden Gedichte filmisch, wurden Romane filmisch, wurde Musik filmisch, wurden Gemälde, denken Sie an die New Descending Staircase, wurden alle möglichen Dinge filmisch. Vor allem natürlich der Roman. Der Roman in den 20er und 30er Jahren wurde nachhaltig filmisch. Ich denke, wir können sehen, dass wir etwas Ähnliches im Augenblick mit Spielen erleben. Spiele prägen die anderen Medien. Man kann beim Film zum Beispiel schon sehr deutlich sehen, wie plötzlich da Handlungsräume geschaffen werden, also das heißt plötzlich, das fing Mitte der 90er Jahre schon an, Enemy of the State zum Beispiel, wie da Handlungsräume geschaffen werden, die dann dekonstruiert werden wie Levels in einem Game, wo ich sozusagen als Zuschauer erst einmal, wird mir das Level gezeigt in einer Übersichtskarte und dann wird der Raum dekonstruiert und dann folge ich dem Helden durch dieses Level sozusagen. Also nur eins von vielen Beispielen, in den narrativen Strukturen haben wir ganz starke Einflüsse vom Spiel. Also wir haben dort, dass wir eine kulturelle Gamifizierung, also den Einfluss von Spielen auf die anderen Medien, wie es auch der Film getan hat, aber wir haben darüber hinaus auch etwas, sozusagen das, was eigentlich Gamification in der Regel genannt wird, nämlich den direkten Einsatz von Dingen, die im Design von Games üblich sind und als wirksam herausgestellt haben, Geld haben, also Feedbackmechanismen, Belohnungssysteme, Levelaufbau und so weiter, die jetzt benutzt werden, um im Sinne eben dieser gezielten Gamifizierung, von der Jesse Shell viel gesprochen hat und auch dieser Herr, das Bild habe ich mit Absicht gemacht, weil er ist immer sehr enthusiastisch, also der Einsatz von Game Design Elementen für die Wissensvermittlung, zur Narration, zum transmedialen Erzählen, aber noch für ganz andere Dinge wie Marketing und so weiter, selbstverständlich. Also, meine neunte These lautet insofern, transmediales Erzählen prägt eine doppelte Gamifizierung. Zum einen eben übernehmen digitale Spiele kulturelle Funktionen, die in der industriellen Kultur eben industriellen Medien vorbehalten waren und zum zweiten werden Elemente digitaler Spiele für spielfremde Darstellungs- und Erzählzwecke exaptiert. Also Exaptation ist ein Begriff aus der Evolutionstheorie, den hat der Gould eingeführt. Das ist, wenn man etwas, was evolutionär in einem Adaptationsprozess für eine bestimmte Nische entstanden ist, dann in einer anderen Nische erfolgreich zweckentfremdet. Unser Gehirn ist die größte, nach Gould die bislang größte Exaptation, denn das ist ja für Dinge in der Savanne und nicht in diesem Hörsaal gemacht worden. Und die letzte. Es wird ja als Konsequenz der Digitalisierung seit Langem behauptet, dass es so etwas wie eine Konvergenz der Medien gäbe. Und die Rede von der Transmedialität scheint dem ja auch Vorschub zu leisten. Sie merken an den Konjunktiven, dass das nicht so einfach wird. Aber ich will Ihnen erst einmal sozusagen diese Behauptung, dass das behauptet wurde, kurz beweisen. Also drei Beispiele. Henry Jenkins schrieb schon 2003, dass wir in eine Era of Media Convergence eingetreten seien. Und Jesse Schell prognostizierte 2008, dass at the technological limit games will subsume all other media. Das ist ein etwas längeres Zitat. Das trage ich sehr gerne vor, wenn ich bei Fernsehsendern vortrage. Das macht Ihnen einen solchen Schrecken ein. Das ist immer ganz wunderbar. Und dann 2010, Kevin Kelly, der eben sagt, Transmedia conflates books and video. You get TV, you read. Books you watch. Movies you touch. Er hat das übrigens gesagt, anlässlich der Einführung des iPads. 2010 eben. Aber ich denke, dass man deutlich sehen kann, dass genauso gut das Gegenteil stimmt. Das sind nämlich transmediale Werke, die demonstrieren, dass Darstellungs- und Erzählweisen gerade nicht verschmelzen. Sondern ein Game und ein Film verdoppeln nicht das, was da erzählt wird, sondern sie erzählen es, vermitteln es jeweils ganz anders. Wir können sehen, es gibt konvergente Elemente. Und was zum Beispiel in der Games-Ausbildung Digital Game Artists lernen, ist nicht sehr viel anders als das, was in der Filmausbildung Digital Artists lernen. Die selben Programme, die selben Verfahren, die aber zu anderen Erzählzwecken dann eingesetzt werden. Aber es gibt einen starken Bereich der Konvergenz. Aber dann gibt es eben diese anderen Bereiche, wo es nicht deckungsgleich bringen kann. Da, wo das Spiel ist, kann der Film nicht sein. Und wenn der Film da ist, dann haben wir diese Cutscenes, die keiner mag. Und da, wo der Film ist, kann eben kein Spiel sein. Ich denke also, dass wir es einerseits mit Konvergenz, und da steht es ja drüber, und andererseits mit Komplementarität zu tun haben. Und dass man das auch genauer definieren kann. Ich denke nämlich, und das ist die zehnte These, transmediales Erzählen kennzeichnet die Gleichzeitigkeit von medientechnologischer Konvergenz und medienästhetischer Komplementarität. Technisch, technologisch haben wir Konvergenz, ästhetisch haben wir gerade Komplementarität. Wir alle wissen ganz genau, jetzt will ich den Film gucken oder ich will ein Spiel spielen. Ich will das nicht durcheinander haben. So, das waren meine zehn Thesen zur Transmedialität, mit denen ich eigentlich aufhören wollte. Jetzt können wir gleich drüber nachdenken, aber erst gibt es natürlich, leider sehr klein, ich hatte gehofft, die Leinwand sei größer. Nein, ich hatte einfach nicht mehr Platz auf der Folie. Machen Sie nie Folien so voll, das ist ganz, ganz schlecht. Also, Transmedialität, nochmal zur Zusammenfassung, ist eine neuzeitliche Sehnsucht. Der Ursprung, der technologische Ursprung liegt in der Digitalisierung, der kulturelle Ursprung liegt in dem Ungenügen an der industriellen Tendenz zur Verschriftlichung und Abstraktion des Wissens. Und von dort kommen wir dann zum Erzählen, aber das ist historisch, wenn Sie angucken, warum wurde der Hyperlink, warum wurde über den Hyperlink nachgedacht? Nicht, weil man Geschichten erzählen wollte, man dachte, dass ich Medien anklicken kann, dass Bilder klickbar werden. Das war kein Gedanke, der irgendwas mit Erzählen zu tun hatte, sondern er hatte was mit Wissensvermittlung zu tun. Als wenn er, wenn er Bursche und dann vor allen Dingen Ted Nelson und, na, wie ist der nette Mann, der die Maus erfunden hat? Gerade im Blackout. Ja, Engelbart, natürlich, Douglas Engelbart. Thank you very much. Die Kandidatin, das ist Gamification, die Kandidatin kriegt 5 Punkte. Unmittelbar. Vielen Dank, Douglas Engelbart. Das war ein langer Tag, glauben Sie mir. Also, wir können dann sehen, mechanische Medialität kennt den Austausch. Industrielle Medialität ermöglicht die Montage, aber erst digitale Medialität ermöglicht die Fusion. Transmediales Erzählen gestaltet genuin die Erfahrung digitaler Kultur oder kann das tun, tut es ja nicht immer, aber kann es, ebenso wie der Film das mit der Industrialisierung konnte und das Theater das nicht ganz so gut konnte. Zum Beispiel lassen sich ja Autofahrten und Straßenszenen sehr schlecht auf die Bühne bringen. Ähnliches gilt für die Begrenzung des Films gegenüber digitalen Spielen, die eben als, ja, komme ich dazu noch? Kommen wir gleich. Also ich sage es mal noch nicht, vielleicht sage ich es ja noch im dritten Teil. Und, wo sind wir? 5. Transmediales Erzählen, das ist die 6, tendiert in seinen linearen wie multilinearen Varianten zum Weltenbau. Transmediales Erzählen basiert eben auf hyperrealistischer und zunehmend prozeduraler Bild- und Tongenerierung in fotorealistischer Qualität, Fotorealismus ohne Index. Wir erleben das Aufkommen einer distribuierten Autorenschaft, sozusagen der letzte Sargnagel in der Vorstellung einer rein individuellen Autorenschaft. Und wir erleben eine doppelte Gamifizierung, die kulturelle Gamifizierung über den Einfluss von Games im Allgemeinen und die spezielle Gamifizierung über den Einsatz von Game-Design-Elementen. Und last but not least, wir erleben einerseits medientechnische Konvergenz, das Zusammenfließen der Medien, die Fusion, und deswegen ist ja auch intensive Transmedialität möglich. Aber andererseits bleiben die ästhetischen Qualitäten der einzelnen Medien nicht nur erhalten, sondern darauf beruht ja Transmediales Erzählen oder der Reiz Transmedialen Erzählens, dass man im extensiven Transmedialen Erzählen jeweils die spezifischen Qualitäten der Medien nutzt. Die Vorteile eines Buches gegenüber einem Film und die Vorteile eines Films gegenüber einem Game oder was auch immer. Also die Medienspezifizität bleibt erhalten. So, das sind die zehn Thesen. Jetzt müssen Sie entscheiden, ob Sie die drei letzten noch hören wollen oder nicht. Ja? Gut. Gut, also zehn Minuten nochmal. Gut, also der dritte Teil, den ich heute Mittag dazu gebastelt habe, ist sozusagen die Beispielanalyse. Wie sind Spiele Transmedial geworden? Das ist sozusagen eigentlich, und was zeichnet sie dann aus? Das ist nicht sehr lang, das ist wirklich relativ einfach. Die erste These, also die elfte, die erste These in diesem Teil, richtet sich auf die Medialität von Spielen, digitalen Spielen. Die Grund, ich glaube, was häufig nicht gesehen wird, auch in vielen, vor allem in Game Design Büchern, die ich liebe, wie zum Beispiel von Jesse Schell oder Sayon Zimmerman, die machen keinen Unterschied zwischen analogen und digitalen Spielen, wenn sie zum Beispiel ihre Spieldefinitionen daraus destillieren. Ich denke, dass wir deutlich erkennen können, dass sozusagen die Alterität digitaler Spiele, dass digitale Spiele eine ganz andere Medialität haben. Und zwar vergleichbar, alle Vergleiche hinten, aber vergleichbar, wenn Sie so wollen, dem Übergang von visueller, in der Visualität von Malerei zu Fotografie. Die Fotografie übernimmt eine Vielzahl der Funktionen, die die Malerei zuvor hatte. Da findet so etwas wie ein Phasenübergang statt. Und ich denke, oder das Gleiche würde für Theater, Film gelten. Und ich denke, dass wir deutlich sehen können, dass das bei Spielen ebenfalls der Fall ist. Und das geschieht in drei Schritten, denke ich. Aber der eine große, der allererste ist der wichtigste. Wenn wir hier gucken, das sind sozusagen die ersten beiden wesentlichen Videospiele. Videospiele. Nicht digitalen Spiele. Denn dieses ist noch analog und dieses ist schon digital. Also, das ist sozusagen die These 11. Also erstmal kann man da drauf gucken, wenn Sie sich das angucken, können Sie sich vorstellen, dass dieses komische Medium heute Film und Fernsehen so viel Konkurrenz macht, so viel mehr Geld einspielt, das ist eben noch kein audiovisuelles Medium. Und das ist kein narratives Medium. Das ist einfach digitalisiertes Ping-Pong. Und zwar nur, also in diesem Fall ist es nicht mal digitalisiert und hier ist kein Ping-Pong, aber Sie wissen, was ich meine. Es ist die Übertragung von analogen Spielabläufen in ein digitales Medium. Also meine erste These. Wir haben es, und das macht die Alterität digitaler Spiele aus gegenüber analogen Spielen. Wir haben das, was ich die prozedurale Wende nenne. Digitale Spiele verfügen über einen neuen Modus der Repräsentation. Und den haben nicht nur analoge Spiele nicht gehabt, den haben auch Theater, Film und Fernsehen nicht gehabt. Einen neuen Modus der Repräsentation, weil sie können dynamische Modelle realweltlicher Prozesse konstruieren. Prozeduralität. Ich will das noch kurz erläutern. Es ist ein Terminus, den Ian Bogost, einer als Game Designer, andererseits Professor am Georgia Institute of Technology, hat diesen Begriff in die Game Studies, Game Studies, das ist die Wissenschaft von den digitalen Spielen, eingeführt. Und er sagt, ich kann es ja kurz vorlesen, er behauptet zum einen, Also Spiele sind mit ihrer Digitalisierung prozedural geworden. Das war auch mit einer der Gründe, warum man in den 50er Jahren zum Beispiel sehr eifrig daran gearbeitet hat, gerade im Bereich der sozusagen anführlichen Kriegsspiele, War Games, analogen, also diese strategischen Dinge, die das Militär ja seit dem 18. Jahrhundert sehr gerne, also was man so Sandkasten nennt, gemacht hat. Die haben halt eine Vielzahl von Prozeduren, die von Hand zu kalkulieren, sehr mühsam war. Also hat man versucht, sie zu digitalisieren und das steht ganz wesentlich am Anfang digitaler Spiele vor denen, die ich Ihnen da gerade gezeigt habe, die ja zu Unterhaltungszwecken gesagt waren. Also, das erste ist Prozedurale Wende. Das zweite ist, dass neue Weisen des Geschichtenerzählens entstehen mit digitalen Spielen. Die beiden, die ich Ihnen zuerst gezeigt habe, eben, da war nichts mit Narration. Das eine war so eine Art Tennis, das andere war ein paar Raumschiffe abschießen. In den 70er Jahren beginnt diese zweite große Wende mit den Text-Adventures, natürlich. Die sehen Sie dort, den Text-Adventures. Ich bin alt genug, allerdings nur dieses damals schon gespielt zu haben. Das war auf dem Apple II, das erinnere ich noch. Aber warum ich es erinnere, weil es war zum ersten Mal das Grafik. Grafik. Ein Schock. Ein Schock. Unglaublich modern. Also, wir haben, was wir hiermit erleben, ist der Übergang von einem rein ludischen Spielen hin, die im Grunde ludischen Spielen, wie dann auch Pong, frühe 70er Jahre, die im Grunde eben nur die Digitalisierung der analogen Spiele sind, hin zu neuen Formen digitalen Geschichtenerzählens und narrativen Ausdrucks. Und was ganz wesentlich ist, was damit einhergeht, ist eine räumliche Öffnung des Erzählens. Erzählen geschieht immer im Raum, aber es ist nicht offen, es ist geleitet. Eine räumliche Öffnung des Erzählens. Da ist sozusagen der Anfang gelegt für das, was wir heute Sandbox-Games oder Open Worlds nennen. Also, das Zweite ist, das ist nur noch eine These gleich übrig. Das Zweite ist, was ich die hyper-epische Wende nenne. Also, digitale Spiele verfügen nicht nur über einen neuen Modus der Repräsentation, sie verfügen auch über einen neuen Modus der Narration, sie können interaktive, multilineare Geschichten entwerfen und eben sogar offene Handlungsräume, in denen man frei herumlaufen kann, in denen man sozusagen zum Co-Creator, zum Miterschaffer seiner eigenen narrativen Erlebnisse wird. Weshalb ja auch eben solche Handlungsräume nicht geschrieben werden, es kein Drehbuch mehr dafür gibt, sondern sie werden designt. Wenn man also einer dieser neuen digitalen Storyteller ist, nochmal Henry Jenkins, dann wird man ein Narrative Architect. Privileging Spatial Exploration over Plot Development. Hat Henry Jenkins schon 2002 geschrieben. Übrigens, um zu vermitteln in dem großen, in den Game Studies, ja sozusagen Gründungsstreit zwischen den Ludologen und den Narratologen. Wenn Sie sich das interessiert, müssen Sie sich da einlesen, ich kann das jetzt nicht erzählen, aber jedenfalls Jenkins hat das geschrieben, um zu vermitteln. Die Ludologen haben gesagt, das ist ein Irrweg des Spiels, das ihr da anfangen wollt zu erzählen. Und die Narratologen, also Espen Arseth sozusagen, und auf der anderen Seite, ein Jahr später, Janet H. Murray, Hamlet on the Holodeck, die gesagt hat, es ist ja gerade eine Qualität dieses neuen Transmediums, das ist vier Qualitäten, aber eine ist eben die Fähigkeit zur narrativen Repräsentation. Und dann haben die sich gestritten und damit fingen die Game Studies an, weil diese beiden, die sich da gestritten haben, waren ja eigentlich noch Literaturwissenschaftler. Und damit fingen die Game Studies an und Jenkins hat das geschrieben, sozusagen, um zu vermitteln, zu sagen, ihr habt ja beide Recht, Games erzählen nicht wie die anderen Medien, insofern sind sie nicht narrativ und sie sind aber auch nicht nur reines Spielen, rein ludische Spielen, Sport und ähnliche Dinge, sondern sie entwickeln eine neue Form des Erzählens, die eben räumlich ist, die sozusagen von dem Erzähler die Qualität meines Architekten verlangt und insofern war es gedacht zu sagen, es ist ludologisches Erzählen, sozusagen. Okay, und nun meine 13. und letzte These, die wird Sie gar nicht überraschen, weil die betrifft die Audiovisualität in digitalen Spielen und die ist natürlich ganz selbstverständlich das, was wir vorhin schon unter Hyperrealismus kennengelernt haben, aber ich will Ihnen das doch kurz demonstrieren. Wer kennt die Spiele? Ja? Und was daran interessant ist, ist eben 1993, jetzt muss ich selbst nachgucken, 2001 und 2011. Das heißt, wir haben hier 10er Schritte von einem sehr kruden Fotorealismus hin zu wirklich einem entwickelten Hyperrealismus. Das Ganze ist also geschehen in 20 Jahren. In nicht ganz 20 Jahren sind wir von einer grafischen Form, die deutlich als gemalt erkennbar ist, zu einer Form gekommen, die mit Fotografie verwechselt werden könnte. Also, das ist der dritte große Sprung, die These, die letzte, also die dritte Wende, hyperrealistische Wende, einen neuen Modus der Bildproduktion. Und das ist natürlich das Entscheidende. Der Hyperrealismus an sich, zum Beispiel im Film, ist ja nicht echtzeitig. Oder der Begriff Hyperrealismus ist in der fotorealistischen Malerei in den frühen 70er Jahren aufgekommen, wo Leute Bilder gemalt haben, die eben aussahen wie Fotos. Das Neue an Spielen ist eben, dass es nicht sozusagen wie den Cutscenes vorproduziert ist, sondern die Echtzeitgenerierung des Hyperrealismus. Nur das macht ja das Spielen möglich. Also die multilinearen Erzählräume zu generieren, wenn es nicht mehr vorproduziert werden muss, wenn es in Echtzeit... So, also die drei Wenden, auch nochmal die Zusammenfassung, so gehört sich das ja, also die drei großen Wenden, die aus den sozusagen digitalen Spielen zu etwas gemacht haben, was sie zu einem radikal anderen Medium macht, als analoge Spiele es waren. Und jetzt als allerletztes sozusagen das Moment, was man normalerweise dann immer gefragt wird, nämlich, deswegen habe ich die Frage vorweggenommen, wie geht es denn weiter so in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren oder so? Weiter sollte man ja gar nicht gucken. Und ich denke, wir können im Augenblick zwei große Weiterentwicklungen, ob das Turns werden, ob das Wenden werden, weiß ich nicht. Aber zwei große Weiterentwicklungen sehen, keine Angst, das ist die letzte Folie, zwei große Weiterentwicklungen sehen. Und ich habe die Überschrift Englisch gelassen heute Mittag, das war eigentlich ein englischer Vortrag, weil mir nichts Deutsches dazu eingefallen ist, dass es so deutlich gemacht hätte. Ich denke, das eine ist, worüber wir hingehen, ist Lifelike Agency in Digital Games. Jesse Schell hat das vor anderthalb Jahren bereits auf der Games Developer Konferenz in San Francisco gesagt. Er hat gesagt, der Film wurde allererst zu einem ernstzunehmenden Medium, darüber kann man streiten, ob das stimmt, aber egal, zu einem ernstzunehmenden Medium, als der Ton hinzukam, als er nicht mehr stumm war. Spiele waren ja nie stumm, hat er gesagt, auf der Bühne sich fragen, was wäre das Äquivalent beim Spiel, zu dem Ton beim Film. Und da sagt er, das ist, they don't have to talk, because they can talk, they have to listen. Wenn Spiele in der Lage sind, uns zuzuhören und zu verstehen. Das ist, also wenn die NPCs so sirihaft, nicht nur, mit denen ich nur reden kann, sondern die einen auch wirklich begreifen. Das sei der Grund. Und dann hat er eine Vielzahl von Face Tracking und ähnlichen Dingen, Technologien vorgeführt, in denen in der Game-Industrie daran gearbeitet wird, dass die Spiele uns verstehen, dass die Spiele uns ansehen, wenn wir jetzt unglücklich sind. Oder wenn wir uns aufregen, oder wenn wir uns freuen, wenn wir lachen. Dass wir natürlich Voice Recognition und all diese Dinge. Also das ist das, was Dessy Schell meinte. Und ich denke, dass es zumindest, oder nein, ich weiß, dass es zumindest, sozusagen der heilige Gral, an dem eifrig gearbeitet wird. Ob es gelingt, ist ja eine andere Sache. Und das Zweite ist, das komplementäre Gegenstück, denke ich. Und das ist, deswegen Englisch, ich habe das auf Deutsch wirklich nicht hingekriegt, Game-Like Agency in Real Life. Das ist natürlich auch eine große Diskussion. Sie erkennen das, wer erkennt das? Keine Android-Leute hier drin? Das ist Ingress. Ingress, das Android-Spiel von Intel und Google. Also, es ist ein Pervasive-Game. Pervasive-Gaming. Aber ich wollte das ja fröhlich machen, deswegen habe ich das genommen. Ich hätte da auch Drohnen hinmachen können. Denn auch Drohnen sind ein Teil von Game-Like Agency in Real Life. Es lässt sich nicht wirklich unterscheiden, ob Sie eine Drohne am Bildschirm fliegen oder ob Sie sie in der Realität fliegen. Ich habe eine zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Man kann den Unterschied eigentlich nur möglich merken, wenn es knallt, weil sie gegen die Wand geflogen ist. Sonst unterscheidet es sich eigentlich nicht groß. Das heißt, wir haben natürlich mit Pervasive-Gaming einerseits und andererseits der kompletten Verdatung der Welt, sodass wir ferngesteuert über sie verfügen können, von Google Maps bis zum Drone-Warfare, wird die Welt selbst zu einer transmedialen Fläche. Und das ist, glaube ich, der Fluchtpunkt des Prozesses der Transmedialisierung, dass die Welt selbst eine transmediale Fläche wird. Vielleicht folgt der Transmedialität eine Transrealität. Das ist aber ein positives Schlusswort, zu dem ich als Amerikaner verpflichtet bin. Ich denke, vor unseren Augen formt sich ein digitales, neues Mediendispositiv. Und was zentral dafür ist, dass es ein Eintauchen Infektionen ermöglicht, wie es unter analogen Bedingungen nicht möglich war. Ob dieses transmediale Erzählen im Einzelfall Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, glaube ich, hängt aber ganz wesentlich davon ab, inwieweit es den Autoren, Singular ist da nicht angebracht, inwieweit es den Autoren gelingt, medienästhetisch gültig die Erfahrungen eines Lebens unter den Bedingungen eskalierender Virtualisierung darzustellen. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.